ARD Text im Auftrag von Funk Das war einfach unglaublich. Warte mal, was ist das? Abfall? Natürlich ist das kein Abfall, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk? Und wem schenkst du's? Na dir, euch allen. Ist doch Abfall. Das ist neuer Abfall. Er ist künstlich. Neuer Abfall? Den muss ich probieren. Du musst noch warten bis zum Feiertag. Feiertag? Welcher Feiertag? Na ja, der Abfalltag. Der Abfalltag? Erzähl mir von ihm. Was ist das für ein Tag? Was macht man da so? Ich erzähle dir alles darüber, wenn du mir hilfst, diese Geschenke zu verstecken. Heiliger Neptun. Der Abfalltag. Ein ganz neuer Feiertag. Gary, du kannst nach Hause gehen. Miau. War das sein Auto? Du? Nein. Ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Und wir trinken Abfallpunsch und tanzen um den Abfallbaum. Und die ganze Stadt ist mit buntem Abfall dekoriert. Ja, das wäre nicht schlecht. Ha, ha, ha. Klingt, als wäre in der Tonne nur noch ein kleiner Restabfall. Oh, der ist für dich. Lass mich ihn verstecken. Ich will ihn verstecken. Geh schon mal nach Hause, sonst siehst du ja, wo ich ihn verstecke. Oh nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. So ein Flachschwamm. Und nicht Linsen. Gut, Plankton. Du bist alles losgeworden. Und niemand bekommt. Jeder von Wind. Oh, wie spät ist es? Ich sollte Planktons Abfallgeschenk verstecken, bevor der Abfalltag vorbei ist. Aha, Plankton würde nie in der Kanalisation danach suchen. Oh, voll. Was soll's. Das bisschen passt da auch noch rein. Ja, ja, ich habe es, Plankton. Ich habe es, Plankton. Hahaha. Vorsicht, der Abfall ist rutschig. Oh, bei Abfallrutschgefahr? Was hat dieser gelbe Volltrottel getan? Mit deinem stinkenden Abfall hast du all unsere Häuser ruiniert. Ich habe jetzt eine Abfallfrisur. Dein Abfall hat mich verblödet. Du warst vorher schon nicht ganz helle. Na ja, dein Abfall macht mich nicht mal schlauer. Auf, Leute! Wir sollten uns nicht streiten. Es ist Abfalltag. Abfalltag? Was ist der Abfalltag? Schmück das Meer mit Abfallklumpen. Ab, 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 abfall. Plankton lässt sich da nicht lumpen. Ab, 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 abfall. Ja, hochzutun seit froher Dinge. Ab, 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 abfall. Während ich vom Abfall singe. Ab, 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 abfall. Mö, mö, mö. Hallo, ich bin der Abfallmann. Na schön, wie auch immer, machen wir den Typen fertig. Gleich ist unser Abfallmann fertig. Lass uns gleich noch Wein bauen. Ich wünsche euch einen fröhlichen Abfalltag. Einen fröhlichen Abfalltag. Bleibst du bist. Wie erkläre ich den heutigen Tag zum... Abfalltag! Ja, Abfalltag!